Netanyahu bleibt hart vier Punkte des Deals mit Hamas weiterhin offen. Die Situation im Gazastreifen bleibt angespannt, da die Verhandlungen über eine Waffenruhe weiterhin stocken. Trotz der Aussage der USA, dass der Deal zu 90 Prozent feststeht, scheint Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nicht bereit zu sein, von seiner harten Linie abzurücken. Dies betrifft insbesondere die Präsenz der israelischen Truppen im Gazastreifen, die er als notwendig erachtet, um die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Ein weiterer kritischer Punkt in den Verhandlungen ist der Austausch von Geiseln gegen Häftlinge. Hier gibt es noch keine Einigung, was die Lage weiter kompliziert. Die internationale Gemeinschaft und verschiedene Akteure versuchen, Druck auf beide Seiten auszuüben, um Fortschritte zu erzielen und eine humanitäre Krise zu verhindern. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein, um eine Lösung zu finden, die sowohl die Sicherheit Israels als auch die humanitären Bedürfnisse der Menschen im Gazastreifen berücksichtigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.